Hallo ihr Lieben, auf ein Neues. Ja, ich bin ziemlich abgegessen. Mein Hund, meine Marci, meine Rüdin hat mich verklagt. Nicht zu glauben. Ja, und zwar habe ich ein Schreiben von ihrem Anwalt bekommen. Ich hätte sie wohl, wie hat er sich ausgesprochen, desrespektierlich angesprochen. Und zwar folgende Situation. Wir waren auf dem Hundeplatz. Marci ist dann irgend so ein Stress geraten. Ich habe sie dann mehrfach gerufen. Und ja, einmal habe ich wohl gerufen, Fräulein, sofort hierhin! Tja, das war mein Fehler. Ich habe das vor ein paar Tagen schon mal bemerkt. Sie hatte sich da mit seiner anderen Rüdin. Ja, da waren die da am Tuscheln. Ich habe mir da irgendwie, da schwante mich schon irgendwie was. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das jetzt auf dem Tisch liegen. Ich kann euch nur warnen. Ich hoffe, wir einigen uns gütlich. Ich kann euch nur warnen. Also das Wort Fräulein, das könnt ihr nicht mehr benutzen.